Wir sind der Sonne, der der Sonne Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Dragon Age Origin in der Ultimate Edition. Und jetzt... Muss ich mit ein paar Leuten reden, das hilft alles nichts. Was haben wir denn hier? Allison. Reden wir mit Allison. Hallo, äh, Stranger. Ich glaube nicht, dass du niemanden, der Trappen machen kann. Wofür braucht ihr Fallen, bitte? Okay, ja. Der Nachbar legt Fallen aus, vergiftete Fallen. Und du willst jetzt auch fallen, weil der Nachbar Fallen hat? Hätte er einen riesigen Traktor, willst du auch einen Traktor, oder wie? Ich muss nicht ihm alles nachmachen, werte Frau. Warum kauft er nicht einfach welche? Oh, Balin hat alle gekauft. Balin hat Giftfallen aus seinem Land. Aha, er kann ein bisschen exzentrisch sein. Es gab hier schon ein bisschen mehr als ein bisschen exzentrisch. Es tut mir leid, aber ich kann keine Fallen herstellen. Ich meine nicht, dass du dich beschäftigen. Entschuldigung. Du hast mich belästigt. In den Staub! Kleiner Schild. Naja. Wenn ich eins gelernt habe aus Baldur's Gate, dann nicht immer alles mitzuziehen, ja? Fähigkeiten kann ich Fallen herstellen? Ne, kann ich nicht. Ne. Dann reden wir mit Älteste Miriam. Mal gucken, was die von mir will. Hab ich ein Bett für heute acht? Ich weiß es gar nicht. Was ist hier los? Jetzt bricht sie einfach das Gespräch ab. Ich glaube, es hackt. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich kenne mich ein bisschen mit Krötekunde aus. Dann kannst du uns ein bisschen gut machen. All manner of travelers come through, many injured or sick. We do our best, but we're out of supplies. There's medicinal herbs in the woods to the north. If you make a few potices, I'll scrape together some sort of payment. I'll write all you need to know in this note here. Oh, neue Quest! Fertige die Umschläge an. Die Älteste Miriam hat dich gebeten, dein Kräuterwissen zu nutzen, um einige schwache Wundumschläge für die bewundeten Flüchtlinge in Lordran anzufertigen. Drei Umschläge müssten ausreichen. Haben die noch drei Verwundete oder was? Genau der Hinweis, ich will nur das tun an deinem Aushang. Okay, das sind wahrscheinlich die. Eins, zwei, drei. Moment, kann ich das überhaupt? Kräuterwissen, mach ich den Kräuterwissen? Ach, draufklicken. Mabari Keks könnte ich herstellen. Stell dich doch mal her, stell dich doch. Hast du Glück, die Herben in den Wundern finden? Das war nicht nötig, bitte sehr. Ich habe haufenweise Zeug dabei. Das wird vielen Menschen helfen. Du bist eine gute Art, du weißt. Das hilft vielen Leuten. Da stehen nur drei. Drei Wunderumschläge. Das hilft vielleicht nur einen Schwerverletzten. Frau, da gibt es keinen Sinn. Was ist denn da wieder los? Okay, die streiten um Nahrung. Und andere tolle Sachen. Ah, was haben wir denn hier? Wieder einen im Käfig. Wer seid ihr? Ein Kräuter. Ich bin in einem Käfig, bin ich nicht? Ich bin hier durch die Chantrie. Ich bin Sten of the Beresad. Der Vanguard der Kunari-Pieples. Hmm, Kunari, die scheinen in Dragon Age scheinen ein bisschen anders aus. Da haben die richtig fette Hörner und so. Ich bin Lorik. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Du wirst du in den Hörnern. Du wirst du in den Hörnern. Du wirst du in den Hörnern. Hm, Alistair einspielen. Was habt ihr getan, um diese Art der Behandlung zu verdienen? Seid ihr schuldig? Wen habt ihr am Mordet? Das acht Menschen sind wie die Kinder. Das ist bestimmt nicht die ganze Geschichte, oder? Das ist schrecklich. Ich glaube. Wollt ihr nicht Buße tun? Die Todesfälle werden meine Verletzung. Alter, mit dir ein Gespräch zu führen, das ist wirklich hart. Ihr wollt also sterben. Wer könnte mir helfen, das Land gegen die Verderbenden zu verteidigen? Die Blight. Ah, du bist ein Grafwächter, dann? Guter Kahn, ich bin ein Grafwächter. Ja, das bin ich. Surrensend. Meine Leute haben die Legenden von der Grey Warden gehört, die Kraft und die Kraft. Though ich glaube, nicht jede Legende ist wahr. Ich werde euch vorerst freilassen. Ne, schmarrn. Ha, verlassen. Ha, 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 verlesen. Ich werde die ehrwürdige Mutter euch freilassen. Vielleicht, wenn du sie sagst, die Grey Warden brauchen meine Unterstützung. Es scheint mir zu sein, dass sie meine Todesfälle hier warten. Auf Wiedersehen, dann. Ein penitenter Mensch, der sich in Pfeil von Darkspawn gegründet hat, ist es ein guter Beispiel der Chantrie, ist es nicht? Okay, Stan, der Kunari, könnte vielleicht unser Neuer Begleiter werden, wenn wir die ehrwürdige Mutter davon überzeugen, ihn freizulassen. Und ich denke, ich muss meinen Charme spielen lassen. Hm. Wir werden gleich feststellen, wie das ausgeht, nach diesem Ladeball. Ladeballen sind immer irgendwie so wie Werbung. Finde ich zumindest. So, ehrwürdige Mutter. Ich brauche den Gefangenen. Ich meine, es ist ein bisschen barmherziger, als ihn da einfach im Käfig zu lassen, oder? Oder wie seht ihr das? Ich finde schon, ich bin ein Paladin. Ja, was du für mich tun kannst, jetzt pass mal auf. Ich wollte mit euch über Stan, den eingesperrten Kunari, sprechen. Jetzt sofort. Es könnte sein, dass ihn so leid, aber ich lasse sein Feind an den Mäker. Warum hat er dich interessiert? Warum hat er mich interessiert? Er hat so wunderschöne blaue Augen. Ne, natürlich nicht. Äh, was hat er getan? Er hat einen gesamten Pfarrhof gebraucht. Nur einer der jüngsten, hat lange genug zu überleben. Der Kind sagte, dass sein Vater die Kunari gefunden hat, gravely wundet und ihn inzüge. Diese Kindheit wurde mit dem Mörder verabschiedet. Der Kanzler gefunden hat die Kunari, nur standen vor der Karnage. Wenn er keinen Widerstand geleistet hat, ist er dann wirklich schuldig? Hat er sie umgebracht? Vielleicht hat er sie auch verteidigt. Wer weiß das schon? Warum hätte er so etwas tun sollen? Das ergibt keinen Sinn. Was ist, wenn das zu Spannungen mit seinem Volk führt? Der Bauer vor der Gerechtigkeit. Ist es wirklich der Bauer, oder bist es du? Ich glaube, eher du bist es, nicht der Bauer. Du bist Gerechtigkeit. Kann ich euch irgendwie überzeugen, ihn freizulassen? Dann stellen wir ihn nicht so an. Ich hatte mir überlegt, dass ihr ihn vielleicht freilassen könnt und ihn unter meiner Aufsicht stellt. Natürlich, dann kriegt er ein Halsband. Das ist kein Problem. Hm. Wenn ihr es vorzieht, könnte ich mich auch auf das Konskriptionsrecht berufen. Ich... Nein, ich kann nicht. Es wird zu viel Probleme für uns, wenn wir uns mit dir kooperieren sehen. Äh. Ich diskutiere nicht mit euch. Gehe bei den Stüssen zu seinem Käfig oder stirbt. Der dunkle Brot ist unser wahrer Freund. Der Maker kräftet nicht mehr für die Kanarys-Viktime, als für die Tausende, die in Ostegar fallen. Nun, guten Tag. Ich seh schon, die Alte mag mich nicht. Käfig ist aktualisiert. Die Erwärmung-Mutte sieht ins Dane eine Gefahr und ist nicht bereit, ihn freizulassen. Jetzt lass ich ihn doch frei. Was kann ich für dich jetzt tun? Für einen grönen Warden? Äh. Nee, das wollte ich nicht. Nein. Wir haben das bereits diskutiert und ich habe dir gesagt, ich würde nicht... Nein, wir sind ja dann nicht fertig. Lass sie endlich frei. Ihn endlich frei. Überdenk deine Entscheidung doch nochmal. Ich kann nicht. Grey Warden, obwohl du es möglich bist, bitte lasst die Kanarys zu seinem Tod. Äh. Ich bin glücklich. Deine Erwärmung sind sicher nicht... Gut. Sie hilft uns also nicht. Warum überrascht mich das nicht? Also keiner hat gesehen, dass er die Leute getötet hat. Ja, er stand einfach nur mitten drin. Das heißt ja nicht, dass er der Mörder ist von den acht Leuten. Denke ich jetzt zumindest. Ich denke, da steckt mehr dahinter, als man jetzt so auf das erste Auge sieht. Oder auf den ersten Blick sieht, wie es ja gesagt. Kann ich mit Stan nochmal reden? Ich hätte den schon gern irgendwen dabei. So, let's talk about your mother for a moment. I'd rather talk about your mother. Well, there's nothing to talk about. And besides, isn't your mother... ...so sehr weinig, dass du in der Mitte der... ...wirst du etwas mehr von mir? Äh. Ich könnte ihn töten. My thanks, human. Ach Gott, wie kriege ich ihn denn raus? Geht das jetzt gar nicht mehr, Remy. Sie ist nicht bereit, ihn freizulassen. Moment, es gab doch einen überlebenden Jungen, oder? Wenn ich den irgendwo finden würde. Hm. Ich muss nur den finden, der wirklich gesehen hat, was da passiert ist. Es gibt immer Zeugen. Es ist immer einer am falschen Ort. Na, wo befindet sich das Junge? Schau, was wir hier haben, Mann. Ich denke, wir haben nur geflogen. Oh, oh. Loghans, Mann. Das kann nicht gut sein. Wir haben nicht alle Morgen gefragt, ob ein Freund von dieser sehr Deskription? Und alle haben gesagt, dass sie ihn nicht gesehen haben. Es scheint, dass wir auch lieben waren. Gentlemen, sicherlich. Es gibt keine Chance für Probleme. Es sind keine Ahnung, einfach mehr peinere Menschen, die für Flüge suchen. Es sind mehr als das. Aber sie werden aus unserem Weg bleiben, Freundin. Sie schützen diese Traitorien. Sie werden das gleiche als sie. Ach, die Leute sind alle so nett, Zeiten der Krise. Da muss sich Alistair schon recht geben. Es ist wirklich Herzerwärmend. Lass uns darüber reden, bevor Dinge außer Kontrolle geraten. Die Leute von Terran und Loggins sind ein bisschen boller boller. Wir töten einfach alles, was hier im Weg steht. Das ist super. Ich glaube, es ist ein Schild ins Gesicht. Ja, im Moment. Das ist ein Schild. Ah! No. Praktisch, die anderen stehen einfach nur rum und schauen, blöd. Erstmal den Bogenschützen aus dem Weg, weil. Bin ich wirklich so nett und das wieder vorn kommt? Hm, lass mich das mal überlegen. Erste weiss, ich lasse dich am Leben. Aber überbring doch Logan bitte eine Nachricht. Ich will, dass du ihm sagst, dass die geraden Mächte wirklich wissen, was vorgefallen ist. Ich will ihm sagen. Jetzt gleich, jetzt. Danke. Bye, bye. Ich entschuldige, dass du interferierst. Aber ich konnte nicht einfach sitzen und nicht helfen. Wer seid ihr überhaupt? Lass mich mich vorstellen. Ich bin Liliana. Eine der Schilder der Chantry hier in Lothring. Oh, ich war. Oh, Liliana. Sehr, sehr, sehr nett. Ich bin Lorik, erfüllend euch kennenzulernen. Diese Männer sagten, dass du ein Grey Warden bist. Du wirst die Darkspawn betrachten, ja? Das ist, was Grey Wardens tun. Ich weiß, dass du nachdem, was passiert ist, dass du all die Hilfe brauchst, die du kannst. Das ist, warum ich hierher komme. Du entscheidest vor allem, dass du jetzt einfach mit mir mitgehst. Einfach so? Hm. Hm. Warum willst du unbedingt mit mir mitkommen? Warum willst du dich uns anschließen? Der Maker hat mir gesagt, dass du. Oh, die hier mit dem Erbauer. Aha. Sicher. Ich werde mich jetzt ganz langsam entfernen. Könnt ihr das vielleicht näher ausführen? Ich weiß, das ist total verrückt, aber es ist wahr. Ich hatte einen Traum. Ein Vision. Ich dachte, wir waren alle vollen. Er lässt dort rechts, sie ist ein bisschen durch den Wind, die Frau. Aber wie bleibt ihr, wenn es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Dragon Age Origins. Ich sage, wir werden mal stay tuned and so long.